Hallo, mein Name ist Olli Wieler, ich bin Filmkomponist und sitze gerade an der Filmmusik für die Spezialisten. Das ist ein ganz einfaches, aus mehr oder weniger nur drei Tönen bestehendes Thema, was so sehr erdig daherkommt, mit Schlagwerk, mit Gitarren, mit diesem E-Bau. Machst du schon Feierabend? Nee, ich besuche jetzt die Tieferage. Janik, nimm doch mal das Blaulicht. Ein Thema, was vielleicht irgendwie als Hauptthema gedacht ist, wird auf einmal emotional, bekommt auf einmal eine Emotionalität, um bestimmte Szenen der Hauptprotagonisten zu unterstützen, emotional. Und das ist sehr spannend, sozusagen auch musikalisch, irgendwie über einen längeren Zeitraum diese Themen zu entwickeln und damit zu arbeiten. Das ist die Sache aus dem ausgebrannten Auto. Alte Abfrage? Das Schöne ist, dass man bei einer Serie, dass man sozusagen mit Themen arbeiten kann, Themen entwickeln kann, auch bestimmten Charakteren, bestimmten Leuten in der Serie ein Thema gibt, was dann immer wieder in verschiedenen Farben, verschiedenen Arten, Instrumentierungen auftaucht. Und das konsequent zu machen und sozusagen auch der Serie, auch von der Tonseite, Tonal her, einen Look zu geben. Wo man sofort erkennt, wenn man reinschaltet in die Serie, weiß man, ah, jetzt bin ich wieder hier bei Spezialisten. Wo man sofort erkennt, wo man reinschaltet in die Serie, weiß man, ah, jetzt bin ich wieder bei Spezialisten. Wo man sofort erkennt, wo man reinschaltet in die Serie, weiß man, ah, jetzt bin ich wieder bei Spezialisten.